Was sind die häufigsten Ursachen für Taubheitsgefühl in den Beinen? Taubheit in den Beinen wird typischerweise durch Nerven- und Muskelschäden verursacht. Diese Schädigung kann mit einer Reihe von Erkrankungen in Verbindung gebracht werden, darunter Nervenverstopfung, Beurgerkrankheit, lehrisches Syndrom oder peripherer Neuropathie. In einigen Fällen kann dies jedoch auf eine schlechte Körperpositionierung zurückzuführen sein. Diejenigen, die ein neues oder schweres Taubheitsgefühl erleben, sollten so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen, um die Ursache zu ermitteln. Die Taubheit der Beine hängt oft mit dem Einklemmen der Nerven zusammen. Das Einklemmen der Nerven kann durch eine Reihe von Erkrankungen hervorgerufen werden, darunter Gelenkschwellungen, Zysten oder Traumata. Personen, die an diesen Erkrankungen leiden und sich nicht in ärztliche Behandlung begeben, können oft ein permanentes Taubheitsgefühl im Bein haben. Andere häufige Symptome von Nerveneinklemmen sind Schmerzen, Kribbeln und Kribbeln in den Beinen. Bei der Bürgerkrankheit entzünden sich die Blutgefäße in den Beinen, was zu starker Taubheit führt. Diese Erkrankung ist ziemlich schmerzhaft und erfordert oft ein umfassendes Schmerzmanagement und Medikamente. Personen mit Bürgerkrankheit können auch Kribbeln und Brennen in den Beinen, schlechte Durchblutung und Verfärbung oder Taubheit der Füße erfahren. Das lehrische Syndrom ist eine Erkrankung, die durch Blockaden in der Aorta des Herzens gekennzeichnet ist. Diese Blockade führt zu einer starken Einschränkung des Blutflusses zu den Beinen. Personen, die unter dem lehrischen Syndrom leiden, leiden außerdem häufig unter schwerer Müdigkeit und Kälte in den unteren Extremitäten. Dieser Zustand wird als sehr ernst angesehen und kann in manchen Fällen lebensgefährlich sein. Eine weitere häufige Ursache für Taubheitsgefühl in den Beinen ist die periphere Neuropathie. Wie der Name vermuten lässt, richtet sich dieser Zustand hauptsächlich an den peripheren Teil des Nervensystems oder an die Nerven außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks. Sensorische, autonome oder motorische Erkrankungen können das periphere Nervensystem beeinflussen. Andere Erkrankungen, die mit peripherer Neuropathie zusammenhängen, sind Muskelschwäche, schmerzhafte Beinkrämpfe und Degeneration der Knochen. Nicht alle Ursachen für Taubheitsgefühle in den Beinen sind schwerwiegend. In einigen Fällen kann Taubheitsgefühl in den Beinen einfach dadurch verursacht werden, dass man längere Zeit mit gekreuzten Beinen sitzt. Diese Art von Taubheit wird nicht als gefährlich angesehen und kann durchstehen und gehen behoben werden. Personen, die übergewichtig sind oder an unkontrolliertem Diabetes leiden, können ein erhöhtes Taubheitsrisiko haben, wenn sie mit gekreuzten Beinen sitzen. Obwohl Taubheitsgefühl in den Beinen nicht als schwerwiegende Erkrankung angesehen werden kann, kann es auf chronische Gesundheitsprobleme hinweisen. Personen, bei denen die Taubheit an den Beinen zunimmt, sollten einen Arzt konsultieren, um die Ursache der Erkrankung zu ermitteln. In vielen Fällen kann es einfach durch den Einsatz von Medikamenten oder durch Änderungen des Lebensstils verwaltet werden.